27. Pryos, Mitte des Tages Ihr steht im Herrlager aus dem Sveldtal und begutachtet das Treiben, wie sie das Eisengras abtrennen, wie sie Gräben buddeln oder Risse vom Erdbeben zuschütten. Die Zwerge aus dem Finsterkamm wissen, wie man als Pionier tätig wird. 28. Die Männer und Frauen von Rabenmund haben euch bisher nichts verweigert. Selbst deren Kartenmaterial von Dapatien und Werheim haben sie euch nicht vorteilten. 29. Es gibt frisches Fleisch für euch als Helden vom Mytraelsfeld. Die Soldaten und Soldatinnen wollen immer mal wieder wissen, was damals geschehen ist. Immerhin wart ihr dabei, als all dies geschah. 30. Sie sehen jetzt allerdings nur noch das finstere Inferno vor ihnen und die Vernichtung, die ihr überlebt habt. 30. Während dem Unterhaltung wird euch klar, dass viele von ihnen hinter Answin stehen. Sie sind nicht so sehr daran interessiert, wer in Garret auf dem Thron sitzt, aber vor allem wollen sie verhindern, dass das Mittelreich untergeht. 31. Keine sogenannten politischen Answinisten, sondern eher Verbundenheit mit der Sache und seinem Opfer. Sie alle wissen, was Answin wegen dem Hochverrat droht, wenn ihn der Kaiser anklagen sollte. 31. Nachdem Mendarion losgegangen ist, um Albrax zu suchen, könnt ihr auch erkennen, wie der Hochkönig zielstrebig auf euer Lager zukommt. Ohne den Elfen. 31. Ah, da seid ihr ja. 32. So, der Elf war nicht ganz sicher, was er von uns wollte, aber ich hab ihn vergessen. Irgendwo läuft er rum. Ich wollte, glaube ich, nochmal in die Wälder oder sowas gehen. Wie kann ich euch jetzt helfen? 32. Ja, meinst du, jetzt ist es eine gute Idee, mit denen da mitzugehen, oder nicht? 33. Mit den Fax-Gewalten in Richtung Wahrung, oder was? 34. Ja, ja. 34. Ich bin auch sagen, ich schaff da näher. Und so wie ich den Drachen einschätzen kann, dass er mächtiger ist als jetzt davor. Wenn er jetzt tatsächlich noch den Andergrimm in sich vereint hat. Das wird ein Kampf. Da werde ich nochmal den Xorlosh nach einigen Drachekrieg von der Akademie fragen. 34. Aber, ja. Klar, an sich ist gut. 35. Ja, aber Väterchen, das klingt jetzt nicht so danach, als ob wir den Schwarzen Drachen wirklich auf seiner Pyramide stellen wollen. 35. Ja, und ich davon aus, dass es zum Kampf kommen sollte. Ihr müsst einfach nur schauen, was er dort in seiner Pyramide verbirgt. Drachenhort. 36. Sie sind ganz heiß darauf, dass sie dort ihre Schätze lagern. 36. Und wenn man sie bei ihrer Schätze stört, dann bekommen sie sowas mit. 36. Oh, ihr solltet da mal dabei gewesen sein, als wir damals bei Pyramide Korps in die Binger eingebrochen sind. 37. Und dann gingen die Drachenkriege los. 37. Ihr wart persönlich dabei? 38. Völliger Unfug. Das ist mehrere Jahrtausende her. 38. Aber so alt ist er nicht. Das ist jetzt sehr unhöflich. 38. Trotzdem von einem Wir. Vier Kinder von Angrosch. 38. So alt seht ihr gar nicht aus. 39. Auf jeden Fall, ich hab da schon mal gesagt, du sollst mich duzen. 39. Ja, meine Güte. Mach dir die Umgebung. 39. Nun, ein wichtiger Hinweis war natürlich von Anzwingen, dass wir eventuell ein Stück des Waren Namens von Ratzrass zu erfahren könnten. 39. Das würde uns sehr weiterhelfen. 39. Einfach diese Drachenmagie verstehe ich nicht, aber kann man nicht abstreiten, dass es schon wichtige Essenzen und Teile gibt. 39. Die in den Namen stecken. 39. Müsste ich mal mit unseren Geoden sprechen. 39. Aber wo habt ihr Voltagskan lassen? 39. Ja, gute Frage. Wo ist der hin? 40. Räuft ihr irgendwo rum oder was? Na gut, ich werde nochmal mit ihm sprechen. 40. Redet mit seinen Geistern. 40. Richtig. Er wollte sich noch einmal mit der Natur verbinden oder so. 41. Also, solltet ihr in den Hort eines Drachen einbrechen, so wird er dies mitbekommen. 41. Und sicherlich dafür sorgen, dass ein Diebstahl verhindert wird. 42. Darauf ist ja, das ist ja genau das, worauf wir warten. 42. Wenn die Fixgeweihten das vollbringen können, dann werden wir davon erfahren, wenn der Drache wegfliegt und in Richtung Osten von hier aufsteigt. 41. Gut, da bin ich ja auch gerne noch so weit bei den Leuten hier. Aber wie kommen wir da wieder raus? 42. Ich kenne mich in Wahrung nicht aus. 42. Müsstet ihr am besten mit den Fixgeweihten vor Ort besprechen. 43. So wie ich Fixarius verstanden habe, haben sie ja einige Agenten dort. 43. Oder einen nennen, Agenten. 43. Ja, einen oder einen eh halt. 43. Äh, Isarun, ihr wart doch bestimmt schon einmal in Wahrung. Ihr seid doch zufrieden. 43. Ja, aber das ist schon sehr lange her. Damals war es noch eine blühende Stadt. 43. Nun, das kann man jetzt noch nicht mehr behaupten. 43. Nein, also ich weiß wohl noch so grob, wie die Stadt aufgebaut ist. Wir kamen damals von Norden, als ich in die Akademie in Beilung gebracht wurde und reisten natürlich durch und übernachteten auch in Wahrung. Aber ich denke, mittlerweile wird sich die Stadt wohl sehr verändert haben. 43. Hm. Wenn wir dorthin gehen, sollten wir auf jeden Fall einen narrensicheren Plan schmieden. 44. Aber fragt, äh, wieso seid ihr sowieso hier? Ich hätte euch in Garret erwartet, oder? Ich hätte doch Igna mit Boltax gemeinsam in Richtung Garret geschickt. Was habt ihr in der Zeit gemacht? 44. Das ist etwas, worüber wir tatsächlich mit ihr reden wollen. Denn wir sind wirklich nicht grundlos hier und wir haben etwas, eine Aufgabe, die wahrscheinlich sogar wichtiger ist, als nach Wahrung zu gehen. 44. Ja, schaut sich ja mal um. Na ja, dann hör raus damit. 44. Wir suchen das wahre Kaiserblut. 45. Und versuchen es aus den Händen des Drachen zu halten. 45. Das wahre Kaiserblut. 45. Wenn ihr jetzt richtig mitbekommen habt, dann sitzt der kleine Selindian jetzt auf dem Thron. 45. Richtig? 45. Ja. Und seine komische Alte da. Wie heißt die nochmal? 45. Mehr oder weniger. Die Kaiserin wird für Alara. Richtig. 45. Die Kaiserin wird für Alara, natürlich. 45. Ja. Aber wir haben ein... 45. Wie heißt sowas, Isaruh? 45. Ein Fingerzeig. 45. Ein Artefakt, könnte man sagen. 45. Ein Artefakt. Und das sagt, es wäre hier noch irgendwo am rumlaufen und jetzt wollen wir gerne gucken, wo das endet. 45. Und das könnte sein, dass Ohaya noch lebt. 45. Oder die Sache natürlich kompliziert machen. 45. Komplizit inwiefern? 45. Ah, ich war ja dabei, als in vor einigen Monaten hier Ema verschluckt wurde. 45. Die Götter mögen dir beistehen. 46. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann sollte Ohaya als älteste Tochter den Kaisertron erben. 46. Aber dadurch, dass sie nun als vermisst gilt, ich weiß nicht, ob der Tod schon erklärt wurde, sollte Selindia den Anspruch erben, weil ihre Schwester Hippolyta, die gleich alt wie Ohaya ist, den Anspruch verwirkt hat. 46. Ja, so weit, so richtig. 46. Es würde meines Wissens nach die Sache vereinfachen, denn das Ganze war ja darauf angelegt, dass Ohaya einmal den Thron erben wird. 47. Das heißt, der Status Quo würde wieder hergestellt werden. 47. Dadurch, dass sie jetzt viel länger, zwei Monate vermisst ist, 48. Da Lara sich ein Gerrit breitgemacht hat. 48. Nun, das erinnert ja nichts an ihrem Thronanspruch. 48. Den muss sie aber durchsetzen können. 48. Das ist richtig. 48. Selbst Alara wird sich nicht die Blöds geben, gegen ihre eigene Enkeltochter vorzugehen. 49. Vielleicht aber zu behaupten, dass sie eine Aufschneiderin ist und nicht ihre wahre Enkeltochter und sie dann hinrichten lässt, weil sie so tut, als wäre sie die Kaiserin, was bestimmt verboten ist, weil Abel mir jetzt sagt, warum das verboten ist. 49. Ich weiß nicht, ob sie Ohaya als Enkelin hinrichten wird, aber Selindian ist ja ebenso ihr Enkel, nur eben mit mehr Einfluss, auf den sie wirken kann. 49. So wichtig, wie die Thronfolge auch sein mag, das ist nicht der Grund, warum wir sie suchen. 49. Ach, richtig. 50. Der Grund, warum wir sie suchen, ist es, dass der Drache sie nicht bekommt, weil der Drache braucht sie für was auch immer er vorhat. 50. Ach, Magie. 50. Richtig. Die kündet sich auf Kaiserblut. 51. Wir müssen verhindern, dass der Drache Kaiserblut bekommt. 51. Richtig, weswegen er teilweise auch hinter dem Blut oder der Leiche von Brynn hinterher war. 51. Ach, das kann ich natürlich verstehen. 51. Wenn in ihrem Blut tatsächlich mehr Macht liegen sollte, als in dem von Selindian, dann sollten wir dafür sorgen, dass Rassassor sie nicht in die Finger kriegt. 52. Seine Klauen. 52. Klauen. 53. 53. 53. 54. 54. Wir müssen, was auch immer hier verborgen ist, finden und versuchen, es zu verstecken und zu verbergen. 54. Oder hier rauseskortieren, was auch immer wir am Ende finden. 54. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt. 55. Der Kaiserdrache Rassassor, der Schwarze Drache, scheint einen neuen Körper zu bekommen. 55. Ah, die Gerüchte dahingehend sind stark. 55. Aber mir bitte sagt den Namen nicht zuständig. 55. Du weißt, was passiert ist, als Yalan den Namen von dem anderen Drachen die ganze Zeit gesagt hat. 55. Ja, Brich, nennen wir ihn schwarzen Drachen. 55. Ja, das ist besser. 55. Also die wollen doch hier in drei Tagen loslaufen, die Jungs hier. 55. Und Mädels, ich weiß gar nicht, wer da alle mitkommt. 55. Wieso versuchen wir uns nicht jetzt schon heute über den Fluss zu schlagen 55. Und versuchen innerhalb von drei Tagen rauszufinden, was auch immer wir über dieses Artefakt herausfinden. 55. Und dann gucken wir, ob wir noch zu den anderen aufschließen können. 55. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. 55. Wir müssen Ihnen einen Termin sagen und eine bestimmte Frist geben, falls wir nicht rechtzeitig da sind. 55. Vielleicht einen Tag, sollen die dort warten? 55. Wenn ihr meine Hilfe braucht, bei was auch immer, dann könnt ihr auf mich zählen. 55. Ja, ich denke... 55. Ich laufe hier natürlich bei Hans von dem Älteren im Lager herum, aber ich glaube nicht, dass ich ihm auf den Thron helfe oder so etwas. 55. Mir geht es vor allem um die Sicherheit von Dapatien. 55. Da wir diesen Wagen nicht mitnehmen können, meine mobile Waffenplattform, würde ich ihn gerne bei euch lassen. 55. In eure Obhut. 55. Ah, vielleicht lasse ich auch einen Blick darauf werfen. 55. Äh, wer denkt? Das ist ein Prototyp. Äh, das ist eigentlich extrem klar bisher. 55. Er ist wertvoll. 55. Ja, ich werde ihn schon nicht kaputt machen. Ein Groschmenier wird einen Blick darauf werfen, vielleicht kann sie ihn ja verbessern. 55. Äh, äh, äh... 56. Immerhin seid ihr keinen Groschgeweiter. 56. Ach. 56. Bitte lasst ihn in einem Stück. 56. Aber nur wenn du mich anfängst zu duzen, habe mir. 56. Äh, natürlich. Albrax. 56. Äh, das ist schon ein Garak gesagt. Ja. Wunderbar, dann würde ich sagen, dann machen wir das doch erstmal so oder nicht. Oder hat jemand Einwände, Vorschläge, was auch immer? Nein, 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 also dieses Heer wird sich ja vermutlich viel langsamer bewegen können, gerade wenn sie es darauf anlegen, nicht sofort gesehen zu werden und eher im Schutz der Wälder unterwegs sind. Und von daher sollten wir, wenn wir das, was wir finden wollen, tatsächlich finden, relativ einfach wieder aufschließen können. Ähm, nicht das Heer, nur so ein paar von den Fex-Geweiten laufen los. Ah, tatsächlich. Werner bleiben hier. Und was die Fex-Geweiten vorhaben, ist tatsächlich nun der erste Teil davon. Zumindest würde es uns auch helfen, das Schwert der Schwärfe zu finden. Vielleicht dienen sie noch als, 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 als Abhängungsmanöver. Es wäre doch möglich, dass wir an ihrem Schutz, äh, Wahrung unterwandern. Äh, ich hab wohl mit Marbo Eberle gesprochen, als ich über der Gerner drüben war, hinter, äh, verwilderten Mark. Und Marbo Eberle sagt er, dass, äh, Eiler wohl in der Nähe von Rommelis gesehen wurde. Dass er jetzt nach Rommelis aufschließen will und, äh, sich dort der Bürstern anschließt. Hm, Rommelis. Nun, da waren wir vor kurzem ersten Hams frei gerannt. Es liegt zu weit ab vom Schuss. Wir können sie niemals erreichen dort. Hm, wirklich? Nun, wenn wir von hier aus, äh, nun durch die schwarze Landewanne, dann Richtung Rommelis, äh, uns zurückziehen, anstatt hier wieder über Räheim uns zurückzuziehen, könnten wir dort vorbeischauen. Das ist allerdings wahr. Und die Fex-Geweihten den Weg hin begleiten und ihnen zumindest, äh, beim ersten Teil ihrer Reise helfen. Nun, äh, so wie ich das Panel richtig gedeutet habe, zeigt das nach Osten, nicht wahr? Und Rommelis liegt im Südosten. Das ist ja allerdings sogar nach Nordosten. Weit weg. Und irgendwo müssen wir den Fluss wieder überqueren. Ich, wenn wir finden, was wir suchen, würde ich ungern hierher wieder zurückqueren. Ich würde sagen, macht erstmal eins nach dem anderen. Wenn ihr jetzt das Pendel verfolgen wollt, dann, äh, folgt dem Pendel, woher immer er es, äh, zeigt. Und dann könnt ihr von daraus, äh, besprechen, wie es weitergeht. Und damit habt ihr zumindest Rastasvon zum ersten Mal, äh, einen Verlust beigebracht, wenn ihr das Kaiserblut von ihm entfernen könnt. Ein zweites Mal könntet ihr ihn sprechen, wenn ihr den wahren Namen von ihm, äh, in Erfahrung bringt. Das ist halt etwas anderes, was wir dir noch erzählen können, was wir erfahren haben von einem anderen Paktierer, der Grabschänderin, ist, dass Rastasvon scheinbar versucht, sich von seiner Herrin zu lösen. Und deswegen mit den anderen Necromaten im Krieg ist. Naja, Drachen sind verräterische Biester. Hat er nicht Unrecht, hat er nicht Unrecht. Aber ich halte Alborgs Plan für eine gute Idee. Erledigen wir erst mal, äh, Rohaja, wenn ihr mir diesen Ausdruck gestattet. Äh, nein, gestatte ich nicht, wenn ihr mir gestattet. Ich, ich gestatte. Nun, äh, dann, dann, äh, finden wir zuerst Rohaja und dann den schwarzen, äh, den schwarzen Drachen. Den Namen. Äh, Keras, äh, wenn du aber mir verbietest, den Namen auszusprechen, dann solltest du ihn auch selber nicht aussprechen. Ach ja, verzeih, ein kleiner Popa. Das hat ihn verziehen. Dankeschön, sehr gnädig. Wie harmonisch. Ich bin sehr stolz auf euch. Aber ihr solltet an eurer Willenskraft arbeiten. Er tippt sich immer mit dem Zeigefinger gegen die Stirn. Äh, wenn ihr so ein, äh, abgehärteter, äh, lausebub seid wie ich, dann, äh, ist es auch egal, wenn diese Stemmen in euren Köpfen anfangen können, unterdrückt man das einfach. Hahaha, ja, das ist wahr. Ihr sollt lachen, wenn der König einen Witz macht. Hahaha. Ich schütze nur mit dem Kopf. Äh, ich werde euch Menschen nie verstehen. Ah, du hast ja noch ein paar hundert Jahre. Äh, nun, dann wollen wir morgen früh aufbrechen? Sollten wir nicht so bald wie möglich aufbrechen, wenn wir mit Vorsprung aufbrechen wollen? Ich müsste noch etwas erledigen, Herr Lager. Wenn ihr mir noch ein oder zwei Stunden genehmigt. Was habt ihr vor? Äh, ich muss jemanden aufsuchen. Tatsächlich? Wen denn? Ihr seid immer so neugierig. Eine sehr ungewöhnliche Eigenschaft für ein, äh, Pfeil des Lichts. Findet ihr? Findet ihr es ungewöhnlich, dass ich alles wissen möchte? Ist das nicht, äh... Was ein Pfeil des Lichts machen sollte? In der Tat... Richtig, ist das nicht eine der Tugenden der Herren Hesinde? Äh, nicht Neugier. Wissensdrust. Wissensdrust. Nicht Neugier. Ja, ich möchte sehr gerne wissen, was ihr im Lager vorhabt. Ich möchte gern den Fassacher Magus aussuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht eventuell ein Überläufer ist. Benötigt ihr meine Hilfe, Abelmir? Nein. Seid ihr euch ganz sicher? Immerhin, äh, wurde ich dafür ausgebildet, abdrehen, die Magier zu jagen. Ich wollte gerade sagen, Abelmir. Also Pfeil des Lichts spüren schwarze Magier auf. Äh, nun, ich denke, ich werde erstmal den Spiel umhalten. Äh, dann werden wir weitersehen. Äh, ich glaube, das ist so eine Unterhaltung von Schwarzmagier zu Schwarzmagier. Isau, das stört ihr bestimmt nur. Äh, ich würde euch nicht zustimmen, aber es dient meiner, äh, Unterstützung. Also, lass ich es gelten. Bist du? Ich verstehe schon, Abelmir. Ich grinse Isau nur an. Ja, dann lauf, Abelmir, wir wollen aufbrechen. Äh, äh, in der Tat, in der Tat. Äh, sorgt inzwischen, äh, für Proviant. Äh, ihr wisst schon, was wir brauchen. Nicht wahr? Gut. Äh, Albrax, ich hätte beinahe Hochkönig gesagt, verzeiht mir. Wieder einmal, äh, Albrax, äh, entschuldige ich mich. Ja, was ist das Problem? Ich stehe auch vor Börgimich und renne fast aus dem Zelt raus. So, auf ihm. Zwei Stunden zum Bier trinken. Schauen wir mal, wie schnell du trinken kannst. Oh, naja, ich muss auch gleich noch Mira füttern, sonst beiß dir noch jemand in die Hand. Hallo. Aber schon fast größer als ich. Ach, ha, 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 ha. Noch nicht, aber warte mal, bis sie wächst. Ja, Mira, ne? Ja, bist du ein braves Mädchen. Lass meine Hand los, Mira. Du musst da nicht reinbeißen. Ich weiß ja gerade, du hast dir deinen Finger abgeschnitten. Ja, das passiert mal. Dann war doch extra. Lück mich nicht an. Ja, ha, 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 ha. Ihr müsst lachen, wenn Rafi einen Witz macht. Ha, 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 ha. Nein, nein. Jo, ich bin ja den mutigen Brüdern beigetreten. Ich bin einer von Kors Jüngern jetzt. Also, so ganz offiziell, wisst ihr. Ja, boah, ihr wollt ihr meinen Wappenrock sehen? Ich hab ihm einen Rucksack, damit er nicht nass wird. Und ich will immer meinen Wappenrock machen. Seht ihr? Seht ihr? Richtig mit Wappen und allem. Hab ich mir anfertigen lassen. Ist doch schick, oder? Na gut, na gut. Ich find ihn schön. Ich find schon jemand anderes zum Tränken. Nur nicht willst. Nur nicht, trink gerne mit. Gott, dann komm mal mit. Ah, zu gerne. Das ist schon ewig her, dass ich richtig betrunken war. Ja, derweil kann Abel mir in dem Lager herumrennen. Würfel doch mal bitte auf Gassenwissen, damit du ihn findest. Okay. Beschwerst dir um vier Punkte. Vielen Kontakte zu? Nee, oder? Nee, du hast hier keine Kontakte. Lungen sein. Und nachdem du dich ein bisschen herumgefragt hast, wirst du dann auch mit vielen verabschauungswürdigen Blicken auf ein Zelt gewiesen, auf dem du dann auch eine große schwarze Hand erkennen kannst, die auf alle Fälle dann auf die schwarze Akademie hinweist. Einige Glyphen, einige Runen, die daran angebracht sind und ja, keine weiteren Wachen, nur noch ein weiteres Symbol, dass er zum Roten Mond gehört, sodann vor dem Zelt stehen. Ich würde zuerst am Zeltrahmen klopfen, an der anderen das Holz gestellt, das den Eingang darstellt. Ja, du kannst... Markus Amirion! Du hörst von drinnen einen Schnauben. Ja... Magus, seid ihr zu Hause? Ja... Dürfte ich eintreten? Und es... Nun gut, dann trete ich in das Zelt ein. Schauen wir es mal um. Das ist vor dir einen großen Teppich erkennt, der hier mitten ausgelegt worden ist. Auf dem Zeltboden mehrere kleine Tischchen. Es riecht vor allem nach Tee und nach anderen Bräutern aus dem Süden. Und du siehst, wie dann vor dir an einem sehr kleinen Tisch ein Mann sitzt mit langen weißen Haaren, die unter seinem Torbahn hervorhängen. Ein langer weißer Bart, der ihm wohl bis zum Bauchnabel reicht, wenn er denn hier nicht im Schneidersitz sitzen würde. Und schaut dann von einem Buch sehr genervt auf, verrückt nochmal seinen Zwicker. Was können wir für euch tun? Gestattet, dass ich mich vorstelle. Adeptus Mario Abelmilia Morinis. Ich hörte ihr verkehrt mit Anzvin von Rabemund. Und da wollte ich mich natürlich umhorchen, wer die denn die Ehre hat, hier unter Anzvin zu dienen. Ich diene nicht unter Anzvin, sondern ich diene mit Mabo Hebele. Ich diene mit dem Roten Mond, aber nicht unter irgendjemandem. Ah, ich verzeihe. Ich verstehe. Verzeiht mir diesen Fauxpas. Nichtsdestotrotz würde ich gerne... Du liegst in seine Augen und merkst wohl, dass sie von einem besonders leuchtenden, strahlenden Brauen durchdrungen werden. Er hat sehr kraftvolle Augen. Gestattet mir, dass ich mich zu euch setze? Ich gestatte es. Wir gestatten es. Wunderbar, wunderbar. Nicht auf den Teppich. Natürlich. Ich suche halt einen Stuhl, obwohl keine Ahnung was zu tun wird. Ja, du wirst keinen Stuhl finden. Er deutet mit seiner Hand vor die Teppichspitze, sodass du dann auf dem Zeltboden sitzen darfst. Nun gut, dann so. Nun, wie ich hörte, seid ihr aus Fasar und die Leute reden, ihr wisst schon. Ihr genießt nicht gerade den besten Ruf unter den Trosssoldaten. Uns interessiert nicht, was der Pöbel von uns denkt. Das ist richtig. Und solange ihr auf das Geschwätz von solchem Abschaum hört, werdet ihr auch niemals aufsteigen in die höheren Ränge. Das ist wohl wahr. Nun, nichtsdestotrotz mache ich mir natürlich Sorgen, was so ein berühmter Fasarer Markus hier im Norden zu suchen hat, unter einem Chorgeweihten. Nicht wahr? Unsere Wege führten uns vor langer Zeit zueinander und sie haben uns einiges an Kraft beschert. Ich hinterfrage die Aufträge nicht, aber sie werden gut bezahlt und so bin ich unter anderem gewillt, mit diesen niederen Kreaturen zu arbeiten. Vor allem legen wir großen Wert darauf, dass wir die Geheimnisse der Tairashi in Erfahrung bringen, da sie durchaus fähige Herrscher sind. Wir haben es mittlerweile auch schon geschafft, einen Kriegsorgan in unsere Dienste zu binden. Du siehst, wie Verachtung aus seinen Augen sprüht. Äh, 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 richtig, ähm, ich schau mich mal panisch um, ob ich diesen Ruger jetzt hier entdecke im Zelt. Ich rieche kein Ruger, oder? Du riechst kein Ruger, nein. Gut. Nun, dann ist wohl alles gesagt. Ähm, verzeiht die Störung. Ich musste mich nur vergewissern, dass nicht ein entlaufender Paktierer hier rumstreuend und mehr Ärger macht, als es gut ist. Ihr habt tatsächlich nur meine Zeit verschwendet, wenn ihr wahrlich so wenig sinnvolle Informationen bei ihr steuern konntet. Ich möchte euch nicht wiedersehen. Nun ja, falls ihr Salpik und Sabertin seht, grüßt ihn von mir. Kommt ihr darauf, dass ich mit diesem Magus verkehren würde? Nun, ich hatte es gehofft. Aber gut, entschuldigt mich, verzeiht mir diese Störung. Hier sind wir zum Gruß, nicht indem ich umgehe. Ja, ein weiterer Schnauben, was hinter dir ertönt. Und du hast kurz das Gefühl, wenn du dich erhebst, dass dieser Teppich sich so ein bisschen bewegen würde. Ich lasse mir nichts anmerken. Ja, du kannst wieder zu den anderen zurückkehren. Zwei Stunden hat das natürlich nicht gedauert, aber wenn du zu den anderen trittst, wirst du wohl bemerken, dass Keras und Raphim schon einiges getrunken haben. Will Iserun noch irgendwas machen? Ja, ich würde tatsächlich gerne die Fex-Geweihten aufsuchen. Da ich die am ehesten im Kommandozelt erwarte, würde ich dort hingehen und dort mit der Suche beginnen. Ja, du kannst vor dem Zelt stehen bleiben, kannst auch mal die Wachen fragen. Die würden dich allerdings dann auch vorlassen. Sowohl zu Answin, der da immer noch in seiner grauen Robe steht. Also was heißt Robe? Es ist einfach ein graues, sehr schlichtes Gewand, was er anhat. Und würde dich auch freundlich und nett einlassen wollen. Fex-Sarius tritt dann allerdings auch heraus, wenn du etwas von ihm magst. Und auch ebenso mit einem zweiten Fex-Geweihten, beziehungsweise einer Geweihtin, die dann ihn begleitet, wenn du nachfragen magst. Ja, also ich würde halt schon gerne mit den Fex-Geweihten sprechen, die jetzt auf diese Mission aufbrechen wollen. Ob Answin mit dabei ist oder nicht, das ist mir eigentlich relativ gleich. Ja, also es sind zehn Geweihte, die er hier irgendwo im Lager verteilt hat. Die bleiben allerdings zum Großteil hier. Zwei werden aufbrechen. Also sowohl Fex-Sarius, der euch vorgestellt hatte mit einem schämischen Grinsen. Und eine Fex-Geweihtin, die euch ebenso begleiten, was heißt begleiten wird. Aber die brechen zu zweit auf, gemeinsam mit Luthi Sanne als Nummer drei. Answin selber wird, weil er ein alter Mann ist, hierbleiben vor Wehrheim und nicht mit einer Barung kommen. Also so, dass du jetzt mit zwei Fex-Geweihten dann vor dem Zeck stehst. Ja, verzeiht euer Gnaden für die Störung. Danke, dass ihr euch Zeit für mich genommen habt. Ich würde gerne Näheres über eure Mission erfahren, wie genau ihr plant vorzugehen.